Äh, müssen wir, ich glaub, ich setz den Strohut mal ab, ne? Aber es ist dann wirklich die Frage, ne? Weil, ähm... Äh, warte mal, ich kann dir, ich kann dir ne Mütze geben. Die brauchst du jetzt. Ich hab ja ne Mütze. Ich hab ne Kappe mit Haube. Kälteschutz. Ich hab ne Schlauchmütze. Oh, okay, ja, okay, ja, 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 es geht runter. Temperaturtoleranz geht runter hier. Ja. Einfach so. Wo bist du? Äh, beim, beim, bei der Feuerstelle. Bei unserem, bei der Küche. Kann ich irgendwann in einem Video dabei sein? Ich habe auch Discord. Du bist da dabei. Du bist dabei im Chat, Asteroid. So, warte mal. So. Auf dem Boden bei dir, Till. Ich brauche noch mehr Klauen. Oder ein Feuer. Äh, es ist immer noch zu kalt. Ja, bei mir geht's jetzt hier. Nein, ich muss dich auch aufwärmen. Okay, nein. Geht nicht. Aber warte mal, irgendwo hatten wir doch das. Stimmt, ne, wir müssten wahrscheinlich, äh, wir waren noch schon mal Winter. Ich gucke gerade bei den Häusern durch, ob ich irgendwo in einem Haus was finde. Na, da willst du ein Problem haben, wir haben so viele Häuser hier. Ich kann auch einfach auf Verwalten gehen und jede Truhe aufmachen im Verwalten-Menü. Ach so, das geht. Ja, das geht, Till. Das ist aber stinklangweilig. Kannst du in dem Spiel erfrieren? Ja. Ja, man kann erfrieren in dem Spiel. Das ist eben das Nervige am Winter. Deshalb überspringen wir den Winter. Nur das Nervige im Frühling ist, dass man dann Steuern bezahlen muss. Ja, daher lieber im Winter einfach bleiben. Genau. Lieber frieren und keine Steuern bezahlen, ne? Scheiße, ey, das wär's noch. Also, wir haben in keinem Haus äh, das Material, welches ich brauche. Habe ich's in der Jagdhütte reingepackt? Nein. Oh, jetzt haben wir... Oh, jemand ist wieder schwanger geworden. Oh nein. Hm. Wer ist schwanger geworden? Hm, nein. Nein, wie doch nicht. Eins, zwei, drei Leute, vier Leute sind arbeitslos. Fünf Leute sind arbeitslos. Wieso arbeitslos? Sechs Leute sind... Sechs, sieben Leute sind... Aha, das ist ein Baby. Fünf Leute sind... Auf Babys sind arbeitslos? Das toleriere ich nicht. Babys müssen arbeiten. Also, wir haben... Wir haben aktuell drei Mütter. Hm. Drei sind schwanger. Und... Eins, zwei, drei... Vier Leute sind arbeitslos. Und drei Kinder sind auch arbeitslos. Wieso? Wie können die vier arbeitslos sein? Äh... Was ist deine Aufgabe in dem Spiel? Äh... Eine Dynastie. Eine mittelalterliche Dynastie aufzubauen. Wir haben doch keine... Wir haben doch keine Aufgabe hier in dem Spiel. Also. Ja, doch. Das Spiel ist so... Ich hab mich stumm geschalten, weil ich hab das Glas angeschlagen an das Mischpult. Gott sei Dank ist das Glas nicht mehr mit Wasser gefüllt gewesen. Oh, oh, oh. Glas und Elektronik. Das ist auch immer ne gute Sache hier. Ja, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich muss mich wieder aufwärmen. Mamma mia. Und die Aufgabe ist eben, ein Dorf zu verwalten. Eigentlich macht man wie in einem anderen Spiel genau das gleiche. Man fällt Bäume, man... Man stellt Häuser auf. Und hier hat man auch noch, äh... Den Faktor Mensch darin, dass man halt die Leute... Irgendwo zuplatzieren muss. Man muss auch noch, äh... Menschenhandel betreiben. Gut, Handel dem sei denn nicht, ne? Man handelt nur mit Menschen. Till, ich hab jetzt jemanden eingestellt, der nur den ganzen Tag mit dem Brunnen, äh... Wasser füllt. Was? Wir können den Brunnen mit Wasser füllen? Also jemanden anstellen, der das macht? Ja. Das hab ich jetzt gemacht. Ist ja endlos. Oder bin ich da komplett falsch? Nein. Aus. Vorbei. So. Kinder sind immer Arbeitsloser. Oder bist du für Kinderarbeit? Auf die Eins. Also, ich bin dafür... Ich bin dafür, dass man als Kind, äh... seine Kindheit genießen sollte. Und nicht schon im Kindsalter... dazu gedrängt wird, sich für einen Job zu entscheiden. Wenn man das aber mithelfen möchte, ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel der Vater oder Mutter irgendeine Firma hat... Und du willst da mithelfen, ohne jetzt, äh... Ohne dass jemand dich dazu drängt. Einfach, weil du neugierig bist, weil du das willst. Okay, ne? Aber jetzt, äh... Wenn da jemand sich, äh, dazu drängt, würde ich das jetzt... Naja. Ist nicht... Ich glaub... Ich glaub ich nicht so, ne? Ja, ich find's schwierig. Ich... Hi Fabian, was geht? Ein Wunderschön. Ich find's einfach schwierig, ähm... Weil das ganze Thema, das... Das stoßt mir sehr sauer auf. Ich bin... Kinderarbeit. Ich bin wirklich dafür, dass, äh, dass man, äh, man braucht, äh, Fachkräfte. Es ist wichtig, dass man die Jugend fördert. Aber eben fördert. Und nicht ihnen sagt, du musst das und das. Und du musst das und das. Und das und das. Und du musst, du musst... Hast du schon mal die Dingens... Die... Produktionsstätten von Schein und Temu mal so gesehen? Also die, die... Boah, Digga, richtig bodenlos. Die Produktionsketten da hinten. Halbverfahren. Also ich sag mal, es gibt ja auch andere, ne? Also es gibt ja nicht nur die zwei... Aber... Kannst du mal dein Dorf zeigen? Ja, wir... Wir cruisen immer ein bisschen durch das Dorf. Oh. In letzter Zeit haben wir die zwei Kollegen Schein und den ganzen anderen Kollegen. Hat ein bisschen Marktmacht gewonnen. Man muss dazu sagen... Wusstest du, dass Temu mittlerweile sogar schon Shops, also europäische Shops hat? Ja, die bieten ja auch in der Schweiz mittlerweile auch Twin-Arts Bezahlungsmethode an. Dann landest du bei Kim Jong-Ung, oder wie? Nö, halt nur wirklich, das Problem ist nicht da, sondern ähm... Kennst du... Es gibt... Es gibt ja gewisse... Gruppierungen in China, als Beispiel, die ja ausgegrenzt werden und quasi... Es gibt wirklich ethnische Gruppen, sag ich mal. Oder auch äh... Es hat so irgendwie so einen Touch wie Hitler und Co. mit den Juden. Also nicht in die... Es geht nicht komplett in die Richtung, aber so annähernd. Ah, du meinst mit dem Arbeitslager und nur da und... Ja, genau, genau, genau. Und da gibt's halt Leute, die arbeiten für, oder sogar teilweise Kinder, für umgerechnet ein, zwei Euro, Dollar, was auch immer, Schweizer Franken, pro Tag. Für den ganzen Quatsch, die wir halt hier bei uns dann für ein Kleid zum Beispiel, für fünf oder noch weniger kaufen können. Wir freuen uns, hey, hurra! Aber dass ein Kind dann halt für zwei Dollar pro Tag arbeitet, juckt hat niemand mehr in unserer Gesellschaft, ne? Klar, auch ich muss irgendwo aufs Geld gucken. Oder auch du da draußen. Ah, wenn dann irgendwie... Ach, ein Pulli oder eine Hose, sag ich mal, fünf oder weniger ist. Naja, naja. Ich denke mir dann, dann ist nicht nur die Qualität an sich kacke und eventuell haben wir andere Probleme bezüglich Giftstoffe und Co. Das ist dann auch irgendwann die Produktionskosten in Niemandsland, ne? Weil generell ist ja irgendwie so, an einem Produkt, was man kauft, ich hab so das Gefühl, mindestens die Hälfte ist einfach nur Marketing und Co. und Marge des Ladens generell. Und ein schwindend geringer Anteil geht am Endeffekt drauf für die Produktion an sich. Und das finde ich irgendwo einfach nur bodenlos. Und... Naja. Je mehr Zwischenhände, desto schlimmer wird's. Reda. Oh, Pelzstiefel müssen wir... Ich muss... Wir müssen Pelzstiefel kaufen. Ich muss sie kaufen, dann können wir das machen. Äh, BFB auf die Eins. Ja, Digga, BFB ist im Finale. Ich hab gesagt, die holen das Ding. Weißt du, ich spreche tonnenweise an Material, das man mitnimmt. Du, ja, BFB... Ja, ich hab letztes Mal eben geschafft, mich zu versprechen, anstatt BVB hab ich BFB gemacht, äh, draus gemacht. Und dann, ähm, ja, hat der Chat, äh, halt, haben wir mit dem Chat zusammen so einen Running Gag gemacht, dass halt BFB die komplette Liga reißen wird und die Champions League holen wird und... Ja, oder, oder der Unterschied zwischen UBS und USB, kennt auch niemand, ne? Digga, meine Mutter sagt jedes Mal, ich muss, ich muss zum, zum, zum USB-Geld abheben. Aber weißt du was? Jedes, jedes Mal. Und zum, zum USB-Stick sagt sie, ja, ich, ich, ich hol jetzt den 4 GB UBS-Stick. Aber weißt du was? Das Teuerste... Ist ja für, äh, es ist ja bekannt, dass pro Transaktion mit der Karte 0,5 oder 0,4 oder was auch immer ein Betrag an den Betreiber abgeht, oder? Das ist ja auch dir bekannt, oder? Ja. Beim Bargeld ist es ja in dem Sinne nicht so. Aber das Ganze hinter dem Bargeld ist viel teurer als die 0,2, 0,4, 0,5% bei der Karte, die du da drauf zahlst. Und je nachdem halt, Anbieter gibt es auch für 0% mittlerweile. Aber, also, weil halt das Geld erstens mal hergestellt werden muss. Also das ist ja der kleinste Anteil, sag ich jetzt mal. Aber er muss immer von A nach B transferiert werden, mit Autos, mit Boot, mit Schiff, was auch immer. Und faktisch gesehen, heute ist das teuerste Bezahlungsmittel Bargeld. Weil da müssen auch Bankomaten betrieben werden. Da müssen Tresore hin. Da müssen für die Tresore Überwachungskameras hin. Und weiß Gott was. Und warum sterbe ich jetzt eigentlich? Wegen Kälte. Du musst immer eine Fackel in der Hand haben. Ups. Einfach so gestorben. Du hast, du bist fleißig am Häuser bauen, ne? Ja, und auch am Sterben, weil ich nichts merke, dass ich, dass ich hier... Okay. Ja, und das ist eben das Ding... Kannst du mir in Gefahr... Oh. Hoppala. Ich bin gecrasht mit dem Esel. Ups. Das war, nennt man dann Betriebsunfall. Wo war ich eigentlich stehen geblieben mit dem Quatschen? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, kannst du die Näherei auf Stufe 2 hoch upgraden? Wenn ich dran denke... Ja, 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 ja. Äh, wo war ich eigentlich stehen geblieben mit dem Quatschen? Ich hab keine Ahnung mehr. Bei T-Mons, so bevor ich mit BFB auf die 1 gekommen bin. Nee, noch vorhin irgendwas. Äh, nachher irgendwas. Ja, aber egal, das ist halt... Ey, das Ganze ist so dermaßen abgespaced mittlerweile. Nein. Ach, stimmt, ich war ja im Holz-Dingsbums. Ja, genau, hier. Stimmt. Be safe! Sagt die Tante. Be safe! So, ich geh mal kurz die Quest da oben abschließen. Ja, aber das Ganze, ey, das geht mir teilweise so gegen... Ja, nee. Naja. Jetzt sollen wir ein bisschen bretter hier, bretter da, so Fackel wieder raus, dann hast du mich tot. Du musst dich aufwärmen. Ja, das mach ich jetzt. Mit dem ich die Olymp... Mit dem ich die Olympische Fackel mitnehme und ins nächste Dorf renne. Ist wirklich so, wir müssen jetzt einfach noch immer wieder Scheiß-Score kaufen. Was für Spiele spielst du? Ähm, grundsätzlich spiel ich alles so Aufbauspiele. Ich bin irgendwie so voll in dieses Genre reingedriftet. Das geht von Scheiße bis Pisse oder was? Auch schön. Das geht von Kacke bis After. Von hinten durchziehen bis... Oh, der Fingergeruch. Da bin ich verfolgen gerade.